Hallo, ich bin Florian Kranz. Ich bin 18 Jahre und mache eine Ausbildung als Zersparnungsmechaniker bei der Firma Schunk. Momentan bin ich im dritten Ausbildungsjahr an der CNC-Drehmaschine. Im ersten Ausbildungsjahr lernt man das Arbeiten mit handgeführten Werkzeugen, wie zum Beispiel Pfeilen, Sägen und Körnen. Im zweiten Lehrjahr kommt man dann in die konventionellen Drehmaschinen und Fräsmaschinen, worüber man dann auch seine Zwischenprüfung macht. Jetzt im dritten Ausbildungsjahr kommen wir dann an die CNC-Fräsen- und Drehmaschinen, worüber wir dann auch unsere Abschlussprüfung machen. Warum ich die Firma Schunk empfehlen würde, ist, weil man hier sehr gut aufgehoben ist, sehr dazulernen kann und auch keiner im Stich gelassen wird und das Arbeitsklima einfach perfekt ist. Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal.